So, da sind wir bei Let's vs. Nr. 3. Wieder mit Tomten. Guten Tag! Und wir spielen Rodeo! Ja, das wäre eine richtige Rodeo! Rodeo, ne? Rodeo, ja! Ihr kennt ja auch bestimmt diese Rolldeos, ne? Rodeo. Ja, sowas kennst du nicht. Ne. Da füge ich jetzt so einen Jackie Chan Punch ein. So diese schlechten Geräusche. So, wir machen diesmal kein Best of 5, sondern ein Best of 3. Denn es ist relativ lang. Ja, die brauchen wir noch. Es ist relativ lang. Ich bin als erstes die Straße. Wir konnten als erstes das Auto. Danach wechseln wir. Danach switchen wir auch die Face Cams. Wir können die eigentlich so laufen lassen. Dann lauf ich über deine Cam und du über meine. Ja, du läufst aber bestimmt nicht über meine Cam. Das tut mit dem Handy nicht gut. In dem Spiel geht es darum, die Straße rollt sich aus. Das Auto muss drauf fahren. Wer als erstes einen Unfall baut, verliert. Es geht bis zu 5 Punkte. Und wer als erstes 5 Punkte hat, kriegt einen Punkt in dem Let's vs. Ist ziemlich lang. Weil eine Runde kann bis zu einer Minute dauern. Da oben läuft immer so eine schöne Zeit. Das heißt maximal kommt es zu 15 Runden. Ja. Beim Best of 3 maximal 15. Ja. Alles klar. Bei uns in der Labe dauert das noch länger. Ja, wenn du schon 2 Minuten aufholst. Ja, Mensch. Das kostet die Welt. Ja. So, ich würde sagen, wir machen einen Play vs. Ich bin, wie gesagt, als erstes die Road. Ich bin das K. K. Mä mä. Nein, warte, warte. Das musst du nochmal machen. Mä mä. Genau. So, dann würde ich sagen, starten. Du drückst einfach auf Enter. Ich pack die Maus mal weg. Danke. So, das wird eine Rodeo. Die Musik ist auch schon geil. Nur ist es jetzt noch schwerer für mich, weil mein Handy mich ganz schön blendet. Oh nee, da fahr ich jetzt doch nicht hin. Ich muss versuchen auf jeden Fall den Konten irgendwie auszuschalten. Alter, du hast mir die Straße dicker gemacht. Das ist gut für mich. Das ist glaube ich. Scheiße, ich komm schon wieder. Oh nein! Das war ein bisschen rutsig da. 1-0. Also im Auto hat man das schon so schwerer für mich. Ja. Weil man das nicht entscheiden kann. Also wir haben das eben einmal reingezockt. Damit wir nicht ganz so... Du musst ja auch nicht ganz so schnell fahren, ne? Jetzt kriegt der schon wieder einen Stern. Ui! Ja! Nein! Kacke. Das kam zu spät. Das kam wirklich zu spät. Mist. Da lag ich schon an dem Seil, ne? Guck mal. Wir fahren direkt auf die Digger zu. Nein! Doch nicht! Willst du fahren? Ja, will ich. Ja! Ja! Die Steuerung ist auch gerade nicht so gut live. Über die Häuser weg. Oh scheiße, gegen Baum. Das war ein Punkt fürs Auto. Nein, 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 nein. Aber ich fahre jetzt nicht so einen kleinen Dutschi hier. Da war ein richtiger Mustang. Das sieht nur so aus wie. Das war das so ein Ende ist. Genau. Und Stormy Tessertschöne Ente. Ach scheiße! Ich hab die falsche Kaste gedrückt. Ach ne, du hast mich verwirrt, du Sau! Du hast die Lenkung von mir übereinträchtigt, ey! Ich komm wieder her! Ich hab jetzt... Tja, Fehlstart! Ui! Ui! Warum soll ich denn da längs? Nein! Da war es schnell! Nein! Oh nein! Ich komm nicht hoch! Er hat nicht genug Power! Jetzt muss ich nicht mehr. Jetzt werde ich die Straße nochmal verengt. Ui! 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 Das war glatt auf einmal, ne? Glatt? Ich hab doch gar kein glatt Power-Up gehabt. Ja, ich hab trotzdem glatt. Wahrscheinlich, weil die Leder noch nicht zu fahren. Wisst ihr, das sind die ausredenden Autofahrer. Nie die Schuld auf sich selbst. Das hab ich nicht immer schnell in den Arsch. Und? Boah, ich seh nichts. Nein! Oh ja! 3-3! Ach nee, das geht ja sogar maximal noch länger. 15 Minuten ist das Minimum der Folge. Ja, nicht ganz. Und Power-Up! Jetzt verwirre ich deine Steuerung mal! Nein! 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 Du hast meine auch verwirrt! Oh verdammt! Aber zu spät! Ja! Danke ey, das ist richtig schwer! Das ist geil, das Spiel! Das ist geil, das Spiel! Da werd ich auch noch mal KKV zu mir holen, glaub ich. Jetzt bin ich ja eingespielt. Ja, die willst du, ne? Ja! Nein, nach oben! Ach verdammt! Nein, jetzt krieg ich eher das Power! Gewitteröl! Nein! Nicht Nebel, du Drecksack! Nein! 4-4! Schön eingeparkt hab ich, wa? Nach 5 Minuten? Ach, das wär eng eigentlich, das wär eng! Kann eben was eindeutiger für mich beim Warmstielen, sag ich mal. Aber das Spiel ist witzig! Es lohnt sich! Der Download-Link... Oh, ich häng fest! Ja, sehr schön! Ja, das hieß 1 zu 0 für mich! Verdammte Kacke! Die Download-Links für die ganzen Let's vs. sind natürlich unten in der Videobeschreibung. Damit ihr auch Bescheid wisst. Ja, ja, jetzt schnack ich lange jetzt. Jetzt wird Plätze getauscht. Machen wir da einen Cut oder lassen wir das? Das ist mir scheißegal, wenn du mal dich ein bisschen beeilst. Nein, jetzt seh ich mich ja auch! Oh Gott! Oh fuck, wie war die Lenkung bei dir? A, B, A, S, D? D, A, S, D und, äh, Shift. Okay, alles... Von hier sieht man ja gar nichts! Ja, ach nein! Das ist ja voll fies! So, ich hab noch nie diese scheiß, äh, äh, ja, Straße gespielt. Das sieht jetzt nicht. Auch noch nie das Auto. Ja, mal schauen. Jetzt starte! Verliest eh. Okay. Muss ich auch eigentlich nach vorne drücken? Nee, nö. Du musst nach vorne drücken auch noch! Ja! Wie scheiße ist das denn? Wie sagst du? Ohohohohoho! Also nur mal so, Leute, ich fahr gerade das erste Mal das Auto! Alter, das lenkt sich ja wohl richtig schwer. Und wie mach ich diese Brücke nach oben? Nach oben. Ah, okay. Ach scheiße, jetzt hab ich das Power-Up. Oh, ja. Ohohoho. Ja, jetzt setzt er mir hier den Ölfleck hin, Alter. Ich hab schon wieder keinen Power-Up mitgebracht. Ja, jetzt auch noch eine Eisstraße, ey! Hä, warte, wie kannst du Häuser kaputt fahren? Haben sie gar nicht. Ich hab doch noch einen Hausgrad jetzt noch so schruttet. Ich hab das keine Ahnung. Ich seh nichts! Nein, ich seh nicht! Ich hab nichts gesehen! Ja, eins zu nur für mich würde ich sagen. Ja. Ich glaub das wärts in drei Spielen. Ja. Wui. 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 Rodeo! Nein, jetzt ist es... Oh, nein. Oh, nein! Das Auto ist scheiße. Ach nein. Das ist richtig schwer, ohne Scheiß. Aber die Musik ist cool! Das Auto ist richtig schwer zu steuern. Oh, Fußgänger. Mist. Jetzt haben wir noch mal sauber ausgekriegst hier. Schade, dass du da rennen kannst, dass ich gegen mich fahre. Boah, jetzt hatte ich wieder dieses scheiß Eis. Nein, ich hatte gerade einen Power-Up. Also als Auto verkack ich ja wohl mal vollkommen. Vollgas! Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Das macht Spaß, das macht Spaß. Ich dachte ich komme da rüber, so eine Scheiße. Oh, er hinzugucken. Okay, ich lasse es wieder. Die Runde geht sowieso an. Oh, das heißt er darf gleich nochmal mit dem Auto fahren. Okay. Oh, ich weiß nicht. Oh Scheiße, das verwirrt ja wohl noch Hammer. Ja, ich weiß. Das habe ich gerade immer auf. Das ist ja wohl Hammer Scheiße. Die Straße hat eindeutig mehr Vorteile. Ich würde sagen, wir machen bis einer beide Runden beginnt, oder? Okay. Weil für den Best of Three ist das gerade irgendwie relativ schwer als Auto. Ja. Ja. Weil das Auto hat einfach nur Nachteile. Ja, ich würde mal sagen, die Runde geht klar an mich. Da habe ich ja wenigstens nochmal ein bisschen nachgesetzt bei dir. Also das war ja... Ja, wie soll man sagen? Nichts! Also Totten hat jetzt die Chance auf den Sieg des Let's Verses, indem er nach der Straße gewinnt. Oh Gott, wir tauschen die Plätze. Ich laufe jetzt aus dem Bild raus. Oh komm, auf der anderen Seite wieder. Au! Du warst nass da. So, jetzt kommt die Straße wieder. Oh, das könnte sich ewig lang ziehen. Ja, das wird sich bestimmt ewig lang ziehen. Oh, die Cam ist ein bisschen verrutscht, weil du wieder so... Weil ich scheiße aussehe, ich weiß. Genau. Endlich sieht das aus. Irgendwann muss man ja auch mal Einsicht haben. Vielleicht scheiden wir es ja auch in Zweifel. Ich darf ihn jetzt nur nicht gewinnen lassen, weil sonst steht es 1 zu 0 für ihn. Nein, 1 zu 1! 1 zu 1! Jawohl! Das ist fies, dass deine Straße an der Seite hoch geht. Ja klar, Hengsinger. Ist wie im wahren Leben, ne? Die Straße ist immer schuld. Ja. Super, schön in den Himmel. Aber geil. Und wieder mal. Hoffentlich hast du auch gebeten. Nö. Oh, ich ne. Aber du warst wesentlich besser ins Auto als ich. Wo fährt er längst? Wo fährt er längst? Ach, scheiße. Nein! Ja, gut. Scheiße. Keine Ahnung, Unsterblichkeit oder so? Ja, ich kann durch alles durchfahren. Oh, du hast das Haus mitgenommen. Das war mein Haus. Das ist nicht. Du warst zu Hause angekommen. Das ist doch... Das hätte ich mal kaputt fahren sollen. Boah, scheiße. Manchmal weiß man am Anfang gar nicht, wo man hin soll. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ha, ha, ha. Die andere Reihe. Ach, scheiße. Das Power Up ist auf der anderen Seite. Jihah. Ja, ich hab nichts gesehen. 3 zu 0. Also Straße ist wesentlich leichter, muss ich sagen. Nein, nein. Das ist aber. Aber irgendwann gewinnt das Auto auch mal. Sonst wäre das ein relativ langes Netz versus. Nein, ich wollte das Power Up machen. Nach elf Minuten haben wir schon fast das dritte Spiel vorbei. Hätten wir das bei der 1, äh, bei der 3, äh, Test of Freak Einlage gelassen, hätte ich jetzt gewonnen. Wieso? Aber das ist einfach nur unfair. Ich sehe nichts vorne, ich sehe nichts. Nein, ich hab nichts gesehen. Oh ja. Ist hier mal die Eier auf? Nee. Warum nicht? Weil ich meinen Sack schloss nicht an. Tja. Pech. So, ich würde sagen, wenn wir es nach 3 Runden noch keine Ergebnisse haben, schmeißen wir eine Münze. Da wird es nicht zu lang, ne? Huiiii. Huiiii. Oh, Power Up. Ach verdammt, ich hab meinen Power Up. Ui, ui, ui. Oh nein! Nein! Ja! Ja, ich häng fest und du fährst dagegen. Nein! Ich will mal sagen, ich kann das noch drehen, das Lernen. Ich brauch nur noch einmal gewinnen, ne? Nee. Ich hab schon 4. Scheiße. Ja ja. Oh ja, Power. Schön den Ball weggerissen. Mach mal Power. Boah, lass das Real Piece nicht machen, ne? Oh Scheiße. Oh Scheiße. Mit zweites Auto. Boah, Alter. Dieses zweite Auto, das macht einen ja selber kaputt, so ne Scheiße. Jetzt hab ich die Chance zu gewinnen. Ja, dann wechseln wir doch mal die Plätze, ne? Ja, also irgendwie wär das witzig, wenn wir so aus dem Bild rauslaufen und hui auf dem Allein erscheinen. Ja, aber wir können ja mal gucken, wenn jetzt 1 zu 0 gewinnt irgendwie, mit der Straße, dann hat der gewonnen. Nee, ich würde sagen, jetzt ist ja Runde 2. Und dann... Das ist Runde 3. Wir sind jetzt in der zweiten Runde. Das ist Runde 3. Auto, Straße, Auto. War bei mir. Ja, jetzt ist Runde 4. Hä? Ja. Also insgesamt warst du 2 mal beides. Jetzt mit dem hier, wenn ich das durch hab, dann war ich 2 mal beides. So, und wenn wir sagen, wir haben beides 3 mal gehabt, schmeißen wir ne Münze, wenn es da noch keine Entscheidung gibt. Nee, das ist ja langweilig. Dann machen wir einfach so lange weiter, bis wir jetzt einen Null gewinnen. Wie lange willst du eine Folge machen, Alter? Das ist egal. Das ist egal. Ich ziehe jetzt. Ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen. Nichts, ja. Ero. Nein! So gibt's ja Konzentration. Das war, äh, gute Konzentration. Dafür kriegst du eben Dao. Danke. Jetzt wär ich fast, äh, tot und irgendwie in die Straße rein geraten. Oh. Yay! Das war, ähm, jo. Nächster Burger. Davon kriegst du ein Dao. Da bekommst du gar nicht in den Kopf nur was. Ja. Ich schon wieder. Hui! Also so eine Straße willst du den Echtbar haben, ne? Nein! AAU! Boah! Ja, das ist eigentlich ein Klapp mit geil. Aber die hast du jetzt nicht so gut, ja? Das ist die, äh, Strip-Dings-mäßig. Ja, ja. Oh, und bei verlieren muss das rausziehen. Weil es erst zum Hobser-Shorts ist, hat verloren. Oh, ja. Ja, ne. Ah, da hat er mir die Lenkung versaut. Und ich ihn. Ja, das hat ja meine Kaffee genutzt. Ne, nicht wirklich. Nein, ich häng fest. Ich häng fest. Ja, in meiner Straße. Ich hab's dir gesagt. Das ist voll scheiße. Äh, voll, ähm, ähm... Böse Hübsch Gibt es noch ein paar Hübschen rein? Ah, wirklich was Schönes hier. Ja, ich zeig dir. Ich hab eigentlich nur das Pala. Das Auge bleibt ja schon lange aufgeschmiert. Ich bin schon ein paar Hübschen. Ich versuche das nochmal. Kann sein. Oh nein! Ah, wir füllen trotzdem noch einer. Das ist gerade eben. Ich hab glaube ich nicht. Wenn ich mich genug konzentriere, wenn ich zu schnell fahre, man hat ja zwei. Was hat man? Hat ja ein bisschen Zeit. Was ist Zeit? Man muss ja jetzt nicht hier... Nein! Ich wollte mal sagen, das ging an mich, oder? Runde 2 ist vorbei, es gibt immer noch keine Entscheidung. Dann gehen wir mal in die letzte Runde. Wir machen das jetzt mit der Münze. Nach 2 Runden? Ja, komm warte. Kopf ich gewinnst, weil du verlierst. Eine Runde machen wir. Eine Runde machen wir. Dann machen wir das. Alles klar. Letzte Runde. Danach entscheidet die Münze. Welche von denen? Ich hab hier schon eine rausgesucht. Okay. Ich zeig sie mal in die Kamera. Diese Münze ist dann entscheidend nachher. Mein Geld geht flöten. Kopf oder Zahl? Irgendwie rollt das nach da hinten. Oh, guck mal. Ich schenke. Jetzt kommt die Welt. Diese Münze entscheidet nachher vielleicht unseren Sieg. Wer ist Kopf, wer ist Zahl? Bestechungsgeld. Wer ist Kopf, wer ist Zahl? Kopf ich gewinnst, weil du verlierst. Nee, nee, nee. Wieso nicht? Kopf ich gewinnst, weil du verlierst. Nee, das ist ja dumm. Okay, Kopf, Zahl. Ja. Eigentlich muss ich der Kopf sein, weil ich der schöner so bin. Gott, dann bist du der Kopf. Und der Schlau-Kopf. Nur weil du nichts mit Zahlen anfangen kannst? Mach das nicht mal nicht der genau. Na ja, starte den Scheiß. Ach, jetzt bin ich ja wieder in die Straße. Ach, scheiße, stimmt. Nee, 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 nee. Aber dafür... Also eins muss ich sagen, es ist doch ein wenig fairer als wir dachten, ne? Weil die Straße wird geblendet von meinem Handy. Oh! So. Der Straßenspieler wird geblendet. Nee. Ich blende dich. Das ist meine Schönheit. Ah. Oh. Oh, ich muss hinher. Ich mach jetzt wieder den Weg zusammen und wieder zurück. Komm, ich blende den V8 da rein. Boah, Alter. Das ist ja mies. Boah, das... Ah, nein! Ey, das war ja richtig gemein. Was denn? Ich bin geflogen. Weil der V8 nicht zu hoch ist. Ja, Alter, ey. Weil ich einfach zu hoch geflogen bin. Nein, das war der V8-Motor. Guck doch mal, wie hoch die sind. Und wieder runter. Komm mal, ein Fahrrad. Oh, guck mal. Fußgänger. Pistol. Keine Zeit. Hast du meine Straße wieder größer gemacht? Jo. Du hast nicht viel genutzt. Ja. 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 Aber ich habe das neue Saufspiel für uns. Das hier? Ja. Und wenn wir einen Unfall bauen, werden wir dann trinken. Alter, was war das denn? Ich habe die Augen nicht selbst gedreht. Du wärst aber ganz schön voll. Wieso? Wir wechseln ja auch. Ja. Und du weißt, was rauskommt, wenn wir kaputtieren machen. Ach, komm mal. Ja. 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 Ich bin kleiner. Du hast mir Leben gemacht. Ja. Ja. Ich seh nichts. Power-Up du scheiß Bebel. Oh toll, mein Power-Up ist dahin. Aber das ist das nächste. Nein, ich hab's nicht mitgenommen. Ja, ja, ja. Gar nichts los hier, Junge. Gar nichts los hier. Der 3-2-2-Totten hat eine gute Chance. Er muss sich nur konzentrieren. Okay, der muss jetzt nicht machen. Oh. Die Straße verkleinern. Noch mal verkleinern. Denk an die Jackie Chan Geräusche. Und dann hab ich ihn. Oh, das ist ein Böttgekipp. Da hat er meine Lenkung. Versaut. Man kann gar nicht außen gegen die Wand fahren. Der lenkt automatisch. Ich hatte schon wieder zwei Autos. Das ist doch voll unfair. Ich bin noch mal dran als Straße. Ich hab jetzt die Chance noch mal zu gewinnen. Ansonsten entscheidet die 50-50 Chance. Die Münze. Ich zeig sie auch noch mal hier drüben. Vielleicht an deiner Seite. Au, Arschloch. Wieso? Ich bin doch grad auf deiner Seite. Äh, nein. Ja? Nein, bis komm. Ja, ich hab immer noch Muskelkampf am besten am Bauch. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich muss pinkeln. Das während der Aufnahme. Ja, dann ist Pech. Deshalb mach ich jetzt ganz schnell. Ich springe am besten fünfmal jetzt raus. Mach mal. Einmal. Aber man schaltet die Münze her. Das will ich nicht. Da hab ich lieber das Handicap mit einer vollen Blase. Ich spiel das mit Gummidu scheiß Auto. Oh, 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 oh. Was hast du davon verpliziert? Ich musste durch so scheiß Hochhäuser fahren. Ich weiß nicht, wie ich hier in die Dauphinin gespielt habe. Wahrscheinlich der Bürgermeister. Dafür hat er keine Bau geliefert. Boah, alter, wenn das Auto landet nach dem Sprung, kommt er doch voll ins Rutschen. Nee, Spaß ist breit da. Alter, was machst du hier für eine Scheiße? Genau so eine Scheiße gegen Hausfahne. Nein, 1-1 ist gar nicht gut. Ja, das ist sehr gut. Ja, das ist schon 22. Nein! Was war das denn für ein Schrei? Nein! Nein! Hunger Simpsons vor drinnen. Ja, er hat mit seinen Hubbeln. Die Hände verraten. Oh! Da wollte ich... 2-2? Da wollte ich wohl unbedingt diese Scheiße. Au, au, super sick! Weißt du was, oder? Ja. Aber das ist nicht so schlimm. Okay. Du musst endlich das Power-Up haben, wahrscheinlich. Ach, gelackt vorbei nochmal. Hallo! So können die Bäume doch gar nicht sein. Wie dieses Mox war ich denn noch die Scheiße. 3-2! Scheiße, ich glaub die Münze entscheidet wohl doch nicht. Alter, man ist doch früh. Freu dich mal nicht zu früh, mein Freund. Ja, ja, ja. Ja, nee, so ist volles Liegen. Ich hab's geschafft noch mit zwei Augen. Stopp! Haut er mir die Lenkung nochmal weg, Alter! Das ist nicht spannend. Jetzt ist es spannend. Also langsam hat man halt den Dreh raus, ne? Wenn man so weiß, was die ganzen Extras machen, ja. Und wenn man mit den Handicaps das Ding... Na so, den kann verdammte! Scheiße, das war für meine Brücke, ey. Ich bin ins Rutschen gekommen. Ja, was klar. Die Straße ist nicht möglich. Ne, jemand hat mein Auto rumgeschraubt hier. Wer? Super schön. Niemals. Ah nein, da haut er mir ja die Lenkung nochmal weg! Ich wollt mal sagen, da entscheidet die Münze, oder? Ja. Willst du sie schmeißen, oder soll ich sie schmeißen? Du bist Gast, schmeiß du mal. Ich seh nix! Was? Ja, wohin willst du? Ja, weiß ich nicht, ist mir egal. Pack dir irgendeinen Kern. Kopf! Ich gewinne! Idiot! Das weiß! Wo sind die Kameraden da? Ja, genau. Kopf hat gewonnen. Also der Beste wieder. Er steht 1 zu 1 zwischen uns beiden. Wir werden das nächste Spiel raussuchen und werden euch offenlaufen haben. Auf jeden Fall. So, ich hoffe auch euch hat's gefallen, dieses Spiel zuzuschauen. 25 Minuten lang, ach du halbiger Scheiße. Ja, wir haben ja vorher noch ein bisschen gesammelt. Also ich würd mal so sagen, 22 sind das denn, oder? Glaube ich. Man weiß es nie, man weiß es nie. Auf jeden Fall als Trostprämie befalle ich die 5 Cent. Ja. Mach mal. Hier kriegst du mal 2 Cent dazu. Sehr nett. Kannst du jetzt schon ein halbes Nachrichten kaufen? Meine Sparthose freut sich, ne? Mein Kleiner. So, ich sage recht vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Let's vs. wieder. Ich weiß es noch nicht genau, ob es mit ihm ist. Doch. Oder ob es mit KKB sein wird. Ah, das war ja. Und wenn es mit KKB ist, wird es das selbe Spiel wahrscheinlich nochmal sein. Mal gucken. Ja. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Let's vs. wieder. Bis dahin, euer Song. Tschüss. Ah. Ah. Ah.